Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch den Diesel Triebwagen Linz 27 vor. Das ist die Baureihe 640. Dieser Zug gehört zur Hessischen Landesbahn, kurz HLB. Ja, und ich wollte euch den mal kurz vorstellen. Das ist die RB95. Ich hoffe, man kann es sehen. So, und jetzt stelle ich euch den Rest vor. Hier, Türen öffnen. Schließen. Schaffnerpfiff. Bitte Vorsicht am Bahnsteig. Ein Zug fährt durch. Schaffnerpfiff. 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 Das war's. Das war's anfangen mit Bremsen-Feature, jetzt einmal ohne. Und den Motor wieder abschalten. So, das war's auch schon von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch setzt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr es abonnieren. Morgen kommt vielleicht sogar auch schon der nächste Zug. Vielen Dank und bis bald.